ja 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 komm da ja komm da ja auch begrüßung begrüßung ja komm ok damit willkommen zu der nächsten Folge von The Forest vielleicht schon die letzte Folge wer weiß oh mein Gott ok du darfst vorgehen mit deiner wunderbaren Fakil und mal gucken ob sich da Mullucks verstecken oder auch nicht ähm was ist das eh ah wir haben ne Karte du anscheinlich nicht bei mir stand nichts von wirken Leute zum Glück hatte ich eine aufgehoben aber wo Alter zum Glück hattest du eine lol was ist das Hilfe wenn jetzt jemand kommt alter ne 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 kann ich da rein mehr Glück als verstanden ne ah das ist ich wusste gar nicht dass wir ne Karte brauchen Alter zum Glück hattest du eine ich hatte im Fall keine lol aber was ist das hier ich hab ein bisschen Angst gehabt Wollt ihr hoch ja ne warte da hinten ist was ja nein Farbe kann man sich einpinseln hier oben ist ja nix ja hier unten geht's nicht weiter ja jetzt muss oben weiter gehen ich bitte dich pfff ja ja ich hab schon gesehen aber ich dachte da fall ich nicht direkt runter ich glaub um die Ecke ist irgendwas es sieht so es sieht so krank aus müssen wir runterspringen ja ne was ist hier was für ein Gollum hier ist nochmal Eimer ja toll äh hier ist einfach nochmal Farbe was ist das hier was ist das hier ja ich guck's grad an voll der Gollum oder die Gollume das ist ein Mädchen Spaß ah 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 ey spring doch nicht einfach runter warte du hä aber wo sind wir was ist das wir sind in einem Wald in Höhlen bla 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 und jetzt auf einmal das ist ja wie ein Haus hier oder was was ist das ja so schaut mein Haus ungefähr auch aus ja nein hehehe nein aber hä ist ja voll der Kontrast zum Spiel Alter das schaut jetzt irgendwie hier ein bisschen verstörend aus ne wie so ne das Ding ist seit zwölf Jahren war hier kein Moloog mehr jetzt muss doch wieder was kommen ne ne kann so bleiben hehehe ich glaub da kommt jetzt was da um die Ecke das sieht sehr gefährlich aus geh doch nicht vor das ist ein Baby ja das sind Babys Achtung das sind lebende oh viele das eine lebt euch noch das hinterste ja also mal bespringen ok dann haben die leben die anderen auch noch wenn wir gleich gegenspringen hallo 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 da hinten was das ist tote Moloogs ja hallo ja hao mich ja ich wollte es den Jesen Vetter ich hab wieder was gehört naja ja ja da ist er da ist er siehst du ihn warte hol Moli hol Moli raus ich lock ihn an und wenn er kommt dann Feuer ok ok ich hab ihn bereit ok warte ja ist er weg ne ne er ist noch da bei mir er kommt siehst du ihn komm na komm oh Feuer nein oh bist du blöd aha komm komm er ist auf mich verursacht du bist du blöd nein jetzt zünd ihn an er back da grad komm ja ich seh schon los ja jetzt kämpfst du gar lolol sag doch was ja mach doch was sag doch was hab ich gesagt oh mein Gott ich bin Alter wieviel Rüstung er abzieht er ist down glaub ich LOL halt der ist grad in mein Gesicht gefallen Junge ich hab drei Rüstungen verloren mit einem Schlag ne ich hab eine ok aber wir haben auf jeden Fall noch ein paar Rüstungen das ist gut ich hab einfach zwei mal daneben geworfen ja erlebt die Baby Schnee ne ist aber noch einer BAH BAH wie das aussieht was was ist das hä BAH Guck dir das an was was ist das was ist das was ist das ich glaub die Mutation ist schiefgegangen ne das ist einfach der Abfall und hier ist noch so ein Bein ey ich hab ein bisschen Angst gerade aber ansonsten ist alles ok deine Fackel spiegelt sich auch überall danke übrigens dass die Tür für dich auf geht oder für mich nicht guck dir das an guck dir das an du musst kommen die Tür die Tür ich hab kein Spaß die gegen für mich nicht auf komm heran gut klappt doch Alter macht die Fackel an ich seh' nichts was hier ist mal können ich mal aus und oh komm wir machen mal ein Meeting hier alles klar alles klar sind die ganz normalen Moloch da links ist einer und das haben mit einem Freund sein ja weil wir rot eingepinselt sind ich habe Angst dass er noch ein er weil ich Feuer an hatte ist sie einfach Wasser er ist wirklich ja ich war grad on the point und ich habe Angst was ist da jetzt WTF ich blick bei diesem Spiel nicht mehr durch hier brauchen wir was ah ne ich mach das Hilfe hier öffnet sich das ah doch Timmy ooooh dann jetzt nehm ihn du nimmst ihn ach bist du ein toller eine tolle Mutter nein Timmy ich bin der Vater er ist tot er ist tot er kann nicht tatsächlich ich nehme erst mal seinen Kopf der ist nein der war da aufgespießt ich sehe das nicht so richtig vor allem weil die Fackel ja aus ist bei dir oh mein Gott Timmy du nimmst ihn da raus das hättest eigentlich du machen sollen ne ja du rennst ja immer vor und machst die Sachen das ist halt typisch Flo ja jetzt habe ich Timmy das ist halt typisch Flo ja und jetzt ey was machst du mit ihm jetzt geh ich weg du gerade oder macht er einen jetzt machen wir ihn zum Mutanten genau und dann kämpfe gegen ihn ja gegen uns ein eigener Sohn nein glaube ich nicht hey ich hab das Spielzeug auf einmal alles klar ich hatte eine Karte wo wir nie aufgesammelt haben ich hab das Spielzeug hat ja der magische Flo Hext was machst du jetzt mit ihm keine Ahnung ich hab dann übrigens dass du mich das machen lassen hast ja ich wusste nur das so ein Spacken alter er rennt immer vorn drückt ich habe ja das Ende noch nicht so gesehen wie du ja ich weiß aber auch nicht mehr alles was passiert ist also ich hab das damals gesehen ja ja ich sehe schon oh ja ich bin voll motiviert die Musik hörst du so denn denn der eigentlich bin voll motiviert der Helmold was machst du jetzt eigentlich ich stecke überall diese Dinger dran was sind das für Dinger und was wird jetzt aus ihm keine Ahnung ich geh ein Stück zurück grad was machst du denn ich hoffe es wird ein Moloch Alter ich hab mich so erschrocken das Ding hat sich hinter mir geöffnet ich schau's gar an neuer Antrag auf der To-Do-List mach mal was soll ich gucken neuer Antrag auf der To-Do-List ja was ist jetzt mit Timmy das weiß ich nicht wo ist denn die To-Do-Liste nochmal her weiß ich doch nicht äh finde ein neues Opfer hä ich glaub das ist das finde ein neues Opfer aha ja dann finden wir mal ein neues Opfer ich soll ein neues Opfer das wo wir da reinstecken und das das Leben von dem Opfer kommt dann hier rein in Timmy glaube ich glaub ich das jetzt verstanden Leben für Timmy komm wo geht's hier äh warum nehme ich einfach dich kann ich da rein wenn ich was drücken ich glaube wir brauchen nennen echten Menschen du bist auch ein echter Mensch und ich bin ein echter Mensch zu spacken die vielleicht finden jetzt irgendwie ein ich weiß ja nicht ja wer ist ein Ideen das Moloch oh das sind zwei warte ich 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 aber wir sind ja eigentlich noch rot angepinselt oder nicht alter Mool die greifen dich nicht an jetzt schon ne die halten dich echt für ihren Gott oh mein Gott war dein großer nein glaub ich nicht denk ich nicht glaub ich nicht hä willst du vielleicht mal helfen ja ja ich hab mich gerade umgeguckt ob dein großer ist oder nicht nein er ist tot auf Laufelkopter wir dürfen uns jetzt keine Rüstung abziehen lassen von den Spasten Frischberg Loll macht eine Flickflackrolle ich hab keine Ausdauer des Verhältnisses du steckst soll ich neue Rüstung machen ich habe nur noch fünf Stück wie viel hast du ich hab keinen Knochen nein wie viel Rüstung äh ja äh sechs ja aber wir können aus dem nichts mehr machen was liegt hier ah ich kann mich hinsetzen ja mach ja ja mach mal ich chill mal hier also Leute ahhhh ist hier Medizin tatsächlich aber wir haben schon alles voll das ist ähm mies das ist richtig mies denn ich weiß und sorry dass ich das weiß aber ich hab damals ein paar Folgen von einem anderen YouTuber geguckt ähm ich weiß dass wenn wir jetzt hier durchgehen dass da die die Halle des Endbosses ist äh das hätte man auch so erraten können wenn man in eine fette Halle geht die so aussieht kommst du hätte man auch erraten können dass hier der Endbus ist übrigens hier mega stylisch unten runter Höhlen und so aber ich weiß es halt wie gesagt schon dass da vorne jetzt am Ende des am Ende des Weges der Endbus auf uns lauert äh und was machen wir jetzt ja wir gehen da rüber und bekämpfen den jetzt und sterben ist es nur einer ähm ja ähm ähm und auf jeden Fall können wir nicht speichern ich hoff ich hoff wir kriegen das hin und äh ich lass dir den Vortritt ich kenn die Szene nämlich schon und äh ich will die nicht aus nahe Perspektive erleben bitte geh nach vorne ich stehe hier am Rande und lass dich einfach mal vor was ist das das ist unser das ist das Kind das brauchen wir für die für diese Maschine creepy Junge deswegen geh ich da nicht hin ach die hat er mal gezeichnet ja da glaub ich schon das war seine Freundin er ist gestorben sie lebt noch also ich seh dasselbe jetzt auch nur aus weiter Entfernung halt sie hat einfach Blut am Mund die brauchen wir halt für die für die Maschine da hinten Alter ich werd ja zu was zeigst du auf mich du ich sag doch keine Ausdrücke da muss ich piepsen ja das ist in so einer Szene scheiße was ist denn mit der los ist sie behindert wirst du jetzt sehen oh ist er tot oh ja darauf hatte ich jetzt keinen Bock so ne aber Alter ich hab oh ist das laut ich hab ich hör das auch äh lauf zurück ich hab den Bogen übrigens schon in der Hand komm töte es weil er mit dem Bogen bevor es Eier legt ja wenn die Eier legt äh das sind das Babys ne nur so zu info hä die legt wirklich Eier ja ja oh die legt gerade Eier weil er mit dem Bogen einfach ein bisschen rein und bitte bleibt zusammen pfuh shit 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 ja sehr gut anzünden ist mega nice die darf mich nicht helfen die zieht übel viel nein oh scheiße wow war das knapp du musst ein bisschen bei mir bleiben die hat mir schon Schaden gemacht ok zünd die weiterhin an Achtung doch ich hab sie getroffen Helikopter die ist voll auf mich fokussiert was soll die Scheiße ja ist ja gut so ja zünd die doch mal an ja das dauert so ewig bis ich nachlade und ich treff die nicht krass gleich komplett aus nimm Molly oder irgendwas ja ich hab sie getroffen ich hab keine Molly ich weiß überhaupt nicht ob ich mit dem Bogen treff da sind Babys fuck 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 darfst du dich nicht so treffen lassen geh weg ich hab ja ja ich hab gerade Molly ausgerüstet sorry äh lock die mal hier hinter dich hinter dich hinter dich hinter dich hinter dich ja hier die soll mal hier hinkommen zu diesen Dingern da müssen wir da mal drauf büllern ich kann grad nicht drauf büllern die steht mir ein bisschen gar den Weg warte die Babys töt ich mal aber ich weich der ganz gut aus bisher auch wenn ich wenn die viel stärker ist als ich warte ich tötte mal die Babys ok ich probier es oh ich kann nicht mehr hotkin warum auch immer ich hab draufgehauen ich hab draufgehauen warte 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 jetzt kann ich hotkin warte oh lol gut 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 war nicht mal schlecht hängst du diese Explosive bei ihr ist die tot hä als ob wir die schon ne 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 die steht schon auf hä ich dachte jetzt schon aber das hat ihr auf jeden Fall schon mal gut Schaden gemacht das müssen wir nein wusste nicht dass sie kommt das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen wir locken sie wieder irgendwo hin ok ich versuch sie hinzulocken ah die geht auf dich komm komm dann irgendwie hinlocken ja ich versuche nicht mehr so ein Baby sehen ach so ja kann ich kann ich auch machen ja ich hätte es gab eher Hilfe ich kann gleich noch mal weg weil er den Bogen lieber rein ich muss wollen schon aus Achtung und wir können übrigens auch zur Tür raus wenn es wenn es ganz kritisch wird wieder den wieder rausgehen komm es zu mir komm es zurück bis zurück ein bisschen zu mir und nehmen irgendwas in die Hand um diese Dinger zu sprengen auf die Grunde und die Grunde was ist mit der ich habe fast keine Reise macht den Hammerangriff ich bin tot bin tot ich bin tot ich bin tot muss die auf dich ziehen muss die auf dich ziehen ich bin bei mir ist der Bildschirm schwarz ich muss Medizin nehmen der Gerauske raus geht aus genau kann das nicht warte du musst auch mitkommen und fahrgier keine Ausdauer mit ich werde zu sterben geht es geht zurück geht zurück ich komme wieder ich habe auch schon halt fast tot Geh raus Geh raus Geh raus Oh die Babys fuck Geh raus Geh raus Geh raus Geh raus komm 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 okay okay regenerieren alles gut regenerieren ich habe kein Joach ja du kriegst aber keinen Schaden ja ich habe ich habe kein Leben verloren ich habe nur Rüstung ja ich aber und und ausdauerregenerieren du kannst dich nochmal full essen dann regeneriert der blaue äh hast du noch Alkohol für Ding ich hab kein Alkohol mehr ach Alkohol ja warte ich kann dir was geben aber oder ich kombiniere erstmal soll ich mit Molly's werfen oder willst du ne 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 ja wie sollen wir den bitte besiegen ja moin ja die einzige Möglichkeit sind die warum gehst du denn raus warum macht ihr das zweimal hintereinander ja jetzt bin ich tot du machst die Tür auf und bam in meine Fresse jetzt habe ich bald keine Medizin mehr Alter ja warum macht ihr den scheiß Angriff zweimal hintereinander ja riskier doch aber nichts ich will ja nicht flamen ich wusste das ja nicht ich will ja nicht flamen oder so aber warte doch du riskierst es dann gleich wir müssen dir doch irgendwie Schaden machen kannst du mich aufheben hä ich bin tot ja ich auch habe ich gerade schon gesagt ja ja da müssen wir haben wir jetzt geforscht ok Leute wir sind wieder hier diesmal über Lasst mir der Flo die Ehre Timmy aus diesem Gefängnis zu holen dass ihr mal das Ganze aus meiner Perspektive seht wir haben ja jetzt die Chance alles nochmal aus meiner Perspektive zu zeigen jetzt höre ich auch das war natürlich extra jetzt höre ich auch die Musik oh nein mein Sohn ist tot wie das von hier ausschaut wie das von hier ausschaut wie so Roboter ich laufe dir jetzt in den Weg ich glaube das kehrt mich nicht kehrt mich nicht oder ja klar scheiß Opfer hallo ok ich stepp's den an ey stepp's den an bah das sieht so ekelhaft aus das Blut in seiner Nase in seinem Kopf überall ja das Spielzeug habe ich auch einfach mal so ich hatte zwar mehr Teile als du beim Spielzeug noch aber auch nicht alle ach Timmy Kleiner fragst du wie man deinen Schatten im Hintergrund sieht Alter jetzt 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 habe ich auch richtig richtig hart warte siehst du mich? ja ja ha 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 Alter ich bin motiviert genauso wie du ha zack und rein oh dieses Kabel das Kabel und das passiert gar nichts new sample required we need a new object that's ridiculous alter mich hat's grad zurück teleportiert äh wenn wir das wieder machen geh noch weg ha 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 Alter, du versaust die ganze Szene. Hallo? Hä, was ist, wenn wir die jetzt töten? Boah, richtig mies. Komm, stirb doch. Ähm, auf jeden Fall, diese Druck... Warte, ich röste gleich Molly aus. Diese Druckflaschen, na? Da müssen wir die auf jeden Fall öfters hinlocken. Als wir die damals ausgelöst haben... Geh mal weg, Junge! Für was mache ich das gerade? Ähm, als wir die da ausgelöst haben... Ich find's echt nicht lustig. Ähm, da... Ist die ja dann am Boden liegen geblieben, ne Zeit lang. Weil die ja... Dadurch richtig viel Damage bekommen hat. Also müssen wir die jetzt da oft hinlocken, okay? Okay. Leute! Barfool Teifel! Der Flo hat schon Molly ausgerüstet. Der böllert die jetzt gleich an. Vor allem das Kind hängt ja da auch noch dran. Wow. Brenty? Dann brennt! Brennt, 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 kackt! Nein! Warum geht sie immer auf mich? Was ist das denn? Brennt! Brennt! Boah, jahre! Ja, genau! Alle Rüstungen fast weg! Du dumme! Hör auf, Auszuge zu sagen! Aber der hat bisher noch keine Babys gekackt. Er bringt sie zur Druckflasche. Bring sie zur Druckflasche! Pass auf! Bring sie zur Druckflasche! Ich mach, ich mach! Ja, ja, ja! Ja, es sind mehrere da. Ich zünde da. Die geht jetzt auf mich, ich hab keine Ausdauer. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht retten. Was denn? Die hat wieder einen Helikopter gemacht. Oh, ich zünde dich an. Ich hab's gemerkt. Ich hab's ja angezündet. Komm, verwirr dich. Was soll? Ich zünde dich an. Oh! Nein! Hey, die schleckt mich ja schon wieder. Ich desleckt. Ja, ich bin wieder tot. Geil! Ja, wie mach ich das jetzt? Ne, die kommt. Pass auf, die hat keiner. Lass sie jetzt kurz mal. Ich fahre jetzt einfach mal aus. Warte mal. Oh, fuck! Du bist zu behindert? Warum? Oh, die sah aber scha... Die ganzen Babys sind tot! Und die, glaub ich, auch. Umgefallen. Mach nochmal. Mach nochmal. Zünd, 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 zünd. Ach, die zünden sich von selber. Sie gehen aus. Oh, mein Gott. Ja. Sie ist tot. Wir... Du bist ein Genius. Nimm das Baby. Warum lässt du's... Ach ja. Doch, ja. Hä? Das war nur eine Bombe. Nein, nein. Die ist ja erst mit 3 oder 2. Platz. Die erste hat sie halt geschwächt. Alter, ich hab einfach... Wir haben grad ewig gesucht, Leute. Ich hab das wahrscheinlich rausgeschnitten. Wie man denn Bomben macht. Weil wir haben ja den Staff und so. Und jetzt haben wir Haftbomben gemacht. Und jetzt hat's funktioniert. Oh, mein Gott. Geil. Über... Über... Überall stand halt nur Schnaps, 5 Münzen und diese Schalterplatten. Und dann für Zeitbombe noch, äh, ne Armbanduhr. Und es ging nicht und ich... Und ich hab überall geguckt, aber ich hab nichts gefunden. Aber dann war's, äh... War's noch ein Klebeband, was gefehlt da wo. Ja, man muss einfach noch ein Klebeband dran und... Also komm rein und dann... Okay, dann lebt Timmy. Warte, willst du das machen? Du sie rein und dann... Ja, ich hab Timmy. Nein, das ist für... Ja, wie soll ich die jetzt nehmen? Ja, geht nicht. Du rein und dann... Oh mein Gott. Wow, war das Bucky. Live Sample required. Die ist tot. Die kann man nicht nehmen. Willst du mich verarschen? Oh nein. Da ist eine Karte. Ich hab ne Karte aufgehoben. Die ist tot, die... Und... Ne. Ne. Ja, was machen wir jetzt? Hier geht's noch weiter mit der Karte, mit der 9. Wo bist du? Ja, die geht hierfür. Vorhin ging's nicht weiter, aber jetzt mit der 9. Als ob's... War das heute eine Frage gemacht? Das war jetzt der Endboss, Alter. Und dann... Ne. Sicher, dass das der Endboss war? Hast du den gesehen? Wir haben übelst lange gebraucht, um den zu besiegen. Ich mein, gut, wir haben's jetzt mit den Haftbäumen gut hingekriegt. Vor allem die erste, wie du die einfach weird reingeworfen hast. Ich dachte, das hat gar nichts gebracht. Und auf einmal hab ich gemerkt, lollo. Das war feier an die Tür. Oh, ne Höhle. Da hab ich ja jetzt Bock drauf. Geil. Hä, wo geht's hier hin? Das wird so eine übelst lange Folge, ne? Ne, ne. Wir haben ja nur... Wir haben ja nur ewig gebraucht, weil wir es nochmal machen mussten. Oh ja, ich bin in der Haftbäumen. Nein, warum geh ich eigentlich vor? Ich hab so Angst gehabt. Geh mal vor. Es ist hell. Alter, was ist... Fick dich. Fick dich einfach. Fick dich, Spiel. Zwei-Köpfe, cool. Das hat aber gut. Oh, die bewegen sich. Oh, da liegt Scheiße. Halt doch mal an den Ruhl. Oh, was ist das? Was ist das denn? Also irgendwas stimmt mit den Spielenentwicklern, glaube ich nicht. Ohne Scheiß. Oh, hier, geil, Geld. Geld, vor allem. Da steckst du nur dein Geld rein, das Abzocken. Ja, warum? Nein, es geht doch weiter. Und bekomme ich da keine... Ne, ich finde ein Opfer, neues Opfer. Warte, bleiben jetzt mal hier. Was willst du da, das ist schon direkt? Ja, du checkst gar nichts, Alter. Wahrscheinlich weißt du... Leut. Ich wollte den Koffer hier kaputt haben. Hier muss sowas machen. Achso. Ja, jetzt geht's nur über das Stein im Weg. Aber ich bezweifle, dass es hier weitergeht. Ah doch, hier. Ey, du haust mich. Warte, warte, stopp. Licht. Warte mal, wer nicht. Kann ich nix. Kann ich nix? Ah! Alter, na. Am Ende des Weges ist auf einmal, wer hätte es gedacht, ein Aufzug. Bitte kommt Fahrstuhlmusik, warte. Die Karte hinhalten und grünes Licht. Bitte Fahrstuhlmusik, bitte. Bitte Blende Fahrstuhlmusik ein, okay. Ja, mach ich. Das ist traurig. Und wie findest du die Musik? Ah, geil. Nice. Fahren wir überhaupt, oder ist das nur so eine Illusion? Hörst du nicht den Wind, den Fahrwind? Weißt du, was ich hör? Das. Null. Hä? Wir sind... Hä? Was ist denn mit diesem Spiel? Wir waren doch gerade in der Höhle, weiß, jetzt sind wir irgendwie in der... Wir sind über den Bergen. Da unten. Da... Da laufen... Da waren wir, da laufen Mollux rum. Was ist... Also ganz ehrlich, was ist da... Was ist das hier oben? Das ist ein Radar. Das ist... Enter! Oh scheiße, das ist Nachricht. Hey, siehst du gleich das gleiche, was ich seh? Machen wir gerade das gleiche? Ja. Da ist ein Radar. Sollen wir drücken? Sollen wir's? Ach komm. Einfach trupp. Und das nächste Flugzeug wird zum Opfer. Ist das ein endloser Kreislauf? Wird nun der nächste Timmy entführt? Ich glaube schon. Näh. So wurden wir damals also abgeschossen. Das ist die Geschichte von The Forest. Es ist ein endloser Kreislauf. Der Verdammnis. Er fängt sich zu neuem, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich kotze. Ein Jahr später. Was passiert jetzt? Was hat der für Zuckung, Alter? Geil. Hallo. Kommt Timmy an. Ich bin ein Superstar mit meiner Axt. Mit der Axt kommt er rein. Da ist Obama. Der Timmy hat übelst die Zuckung und ist bei mir voll unscharf. Bei mir ist das alles voll unscharf gerade. Was ist das? Ist es bei dir auch unscharf? Bei mir schon. Nee. Alles klar. Ein Baum. Alter, ein Baumstamm. Gut, dass man ihn nicht versteht. Ja, die Musik gesagt hat, er ist viel zu laut. Was? Ich soll ihm jetzt anscheinend zeigen, wie ich im Wald damals überlebt hab und einen Baumstamm abgehackt hab. Macht ja kein normaler Mensch, ne? Ein normaler Mensch kann ja keinen Baumstamm abhacken. Deswegen muss ich ihm das jetzt zeigen. Zack! 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 Der Baum geht gar nicht kaputt, Lell! Oh nein. Hä? 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 What the fuck? What the fuck? Bis zum nächsten Mal.